800-Meter-Kill mit einer M107 ist langweilig. Richtig langweilig, finde ich auch. In einer Aufnahme habe ich mit der M40 A3 auch auf 700 Meter auf die Feuerwache getroffen. Hm, stimmt. Das war die Aufnahme, wo Marcel noch dabei war, ne? Hm, hm, hm. Doch, ja. Da ist einfach der hintere Feuerwache weggeknackt, dann bin ich doch hingelaufen. Auf dem Rückweg, dann wurde oben Marcel kam, dann bin ich nachher runtergelaufen, weil kein Zombies mehr kam. Hm, stimmt, kann sein. Hä, wie gestattet denn, wie viele Leute man soll die schießen? Alter, wie wird's piecheln? Dort, dort, im Shattlet for Beef, ey. Kanonfutter? Ja, da, einer hat ein bisschen langweilig den Angriff, mach du mal, aber du bist eh nur Kanonfutter. Ja, aber nur mit dem eh. So, jetzt halt erstmal fröhliches Wegschießen. Oder, ne, wir gehen in ein anderes Gebäude. Oh, kiss dich an das Viecher wegzuschießen. Ich muss ja mal gucken, ob mein Rucksack weggeglitsch ist. Manchmal früher war da noch der Bug, wenn jemand liegt will, dass ich meinen Rucksack wegglitsch. Aber ich hoffe, dass ich hab mir ein bisschen was gefixt, jedenfalls nicht nachher gekriegt. Nein. Ich hab's noch alles. Du, da war das viel zu viel. Ist irgendwas drin, ne, ne? Doch, da liegt was. Doch, in der Ecke liegt was. Ja, da liegt was, ja. Was zu saufen. So, wenn du du bist, dann hab ich schon mal ein paar Sachen tauschen hier. Alter, ist da so ein Ruckeln, ey. Gut, das sieht erst vor dem noch rausgenommen hat, aber ja. Ich würde, ich würde noch was von mir in den Rucksack packen, ja? Die Muni, die ich eben aufgesammelt hab. Okay, so. Makarov Muni packen immer mit, ne? Hast du nur Makarov? Nein, also. Nö. Aber, aber ich hab einen leeren Rucksack. Brauchst du einen Bloodback? Einen Bloodback? Ist eine gute Frage. Nö. Doch, aber noch was fällt. Wir haben keins mehr. Doch, brauche ich doch. Ich brauche mir nicht eins. Ja, ich hab keins mehr. Ich hab nur 8000 Blut. Ja, stimmt. Dann brauchst du echt eins. Aber ich hab keins mehr. Ja, Berenzino gibt's ein Krankenhaus, aber müssen wir noch ein gutes Stück nach oben laufen. Würde ich sagen, geh nach Berenzino, wa? Ja, dann mach mal. Aber ich will kurz einmal neu connecten. Alles klar. Ich warte hier drin, ne? Na gut, du bist gleich Leute. Eins. Ja, wir haben schon mal ein bisschen von der Scheune entfernt, aber wir sind jetzt wieder eine Aufnahme und ja, Frames sind jetzt hier ein bisschen besser, wir sind jetzt über 30, ja, weiß nicht. Immer sagen wir ja oder so, ey, das ist geil. Ja, weiß nicht. Ja, ja, genau. Wir gucken mal auf, wenn wir in der Stadt vielleicht ein neues Auto finden oder so, keine Ahnung, weil uns, ja, weil letztes Folge nicht gesehen hat, dass ATV nur jetzt uns geklaut. Ja, weil Kevin am Morgen nicht aufgepasst hat. Ich bin eh schuld, ich wurde weggeschossen, du hast nicht aufgepasst. Ne, ich wollte, ich war ja, also scheiß Frames, wollte nix machen. Ja, dann haben wir ihn halt noch ein bisschen verfolgt, aber haben ihn halt nicht mehr wieder gefunden. Und ich hab schon wieder Viecher am Arsch, ich hab mich schon wieder ankotzt, ankotzt. Hallo, ich stehe nicht wieder. Wo denn? Ja, ja, Mann, knall ab! Ja. Ach so, der ist tot. Der ist doch tot, hier ist die leiche, Mann. Aber die leiche steht. Der steht bei mir. Alter, der schreckt mich doch nicht so, hier steht ein Spieler. Der dachte ich auch, du denkst und denkst, dass da fehlt einer. Der ist tot, stimmt. Der hat ne Schottie plus Muni. Badal, der Badal ist gut. Nimm mal, was du brauchst, ich brauch nix, oder? M911 Muni? Ich muss schon mal mit. Trink nämlich mal einen mit. Kein Bloodbag, schade. Du hast noch ne Soda kennengelernt. Ich freu' ich nicht. Ne Restnamen. So, wir wollen jetzt nach Beere ziehen, damit wir Kevin ein Bloodbag kriegen. Die wasse kürzeste Weg, so, was verpissen hier. Ja, rum, Hormé. Ja, ja. Guck mal, hab ich direkt mal was gefunden, ja, richtig? Ich glaub, ich nehm den Reifen noch mit, falls wir jetzt auch ein Auto finden, dann haben wir schon mal jedenfalls einen Reifen. Muss ich kurz mal was in meinem Rucksack ein bisschen packen, hier? Gott, was warst du denn für eine Aktion? Das war Reniefd. Dann rätst du mal schön gegen die Mauer, sagst du? Ich gucke, ob ich noch mehr, dann reg' ich nix mehr. Brauch' ich mir ein bisschen... Na komm, brauchen wir nix essen. So. Den haben wir schon mal mitgenommen. Ich guck mal, wie viel, wie weit das ist. Boah, der fährt ein Meter runter. Ich will mal gucken, Alter, wie weit das ist. Der Renzino. Da laufen wir an der Küste lang. Ey, guck mal, was da abmärig geschrieben ist. Es geht jetzt mal Heli-Crush halt. Ja, weiß ich. Kannst du was am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr auf? Da haben wir da jetzt nichts zu handeln. Dann müssen wir 1,4 Kilometer laufen. Na komm, wir laufen mal kurz ein Stückchen. Wir sind immer auf demselben Teuer die ganze Zeit. Da, wo wir auch noch den Kloschüssel zurückgült haben. Ja, ja. Klobrille war das. Klobrille war das. Wo ich zum Handelsposten gegangen bin und ein bisschen versucht abzuhandeln. Das hab' ich noch nicht gesehen. Voll sie kämpfen vielleicht noch mal rein, zum mal gucken. Ja, auch was Neues für dich. Wo ist denn der Handelsposten? Ja, der ist leider jetzt nicht gesetzt. Also wird nicht gehandelt. Wo ist er denn? Der ist unterwischen, unter Vibor. Wo Vibor. Ja, wo Vibor. Ja, wo Vibor waren. Und er fehlt darunter. Ja gut, wir haben aber die ganze Strapazien jetzt überlebt hier, da bin ich jetzt glücklich drüber. Also da haben wir unseren Bus verloren am Anfang, jetzt haben wir unseren ATV noch verloren. Keine Ahnung, wie ist der Typ auch noch bei Rätschinger gefahren? Den kriegen wir vielleicht noch, das wäre jetzt echt nice. Fertig gut, ja. Da müssen wir eigentlich noch ein Kilometer laufen, naja, ist nicht so schlimm. Die Aufnahme wird auch jetzt nicht mehr so allzu lange laufen, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Ja, und ich muss noch mit ARK ein Schalt aufnehmen. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Ja, hab ich mir versprochen eben. Und dann haben wir ein paar Kills in der Aufnahme, jetzt da finde ich das glücklich mit. Morgen auf, ja, ja, morgen, okay. Ja, also halt Kevin, da ist halt ein paar Admins, die können hier Sachen andrehen. Also ich sage halt, gehst du mal deinen Sachen hin? Also ich bin mal mit dem Jeep da angekommen, mit ein paar SVDs und so was. Und dann habe ich halt gefragt, Kiki, kann ich irgendwie ein Nightwischen-Gerät hier abkaufen von euch oder so? Und dann haben die halt mir gesagt, was sie da fahren wollen und so weiter, ja. Und du meinst das wie, die haben dein halbes Ding in deinem halben Jeep auseinandergenommen, ne? Ja, die haben halt, die haben mein ganzes Jeep auseinandergenommen. Wieso sagst du? Wo ich das gar nicht wollte, keine Ahnung. Und ich wollte ja nicht rummeckern, weil die nachher sagen, die willst du zu Pisse an und schmeißen die Punkt zu einfach. Ich weiß nicht, der hat so ein scheiß Mikro gehabt. Und ich wollte nochmal angucken, wie man die Mikros von, äh, Kannst mal kurz über In-Game Boys Chat mit mir reden, sag mal was? Moment, das ist, äh, Shift nach unten, ne? Nein, den oberen. Ja, nach unten, ja. Pass auf, hinter dir ein Zombie. Hi, Tore. Hi, Tore. Hi, Tore. Hörst du mich in-Game' jetzt? Ja, das ist eigentlich ganz gut. Da hat er einen scheiß Mikro gehabt, okay. Laber, laber du mal in-Game? Ja, warte. Ich krieg's. Warte. Ähm, moin. Du hast rot. Ja. Ja, und er hatte so ein richtig scheiß Mikro. Aber ist ein bisschen verzögert, ne? Ja, ja, klüß, was er zögert, ne? Ja, klüß, was er zögert, aber, äh, der war im Max mega leise, äh. Ich dachte, das liegt irgendwie an mir, dass ich irgendwie, kann ich euch die Einstellung habe oder so. Okay. Dann lachst du an ihm, keine Ahnung, was der für'n Scheiß Mikro hatte. Der war echt ganz nett und so, aber, weiß nicht, die haben mir mein ganzes, zweitmal ganze Wachen auseinander genommen. Pfff. Reifen, ist sogar Reifen abgebaut, oder? Ja, sogar Reifen abgebaut, alles. Nein, haben wir nicht. Nehmen wir mal die Waffen und so. Das, wie awesome war das denn? Ja, nehmen wir mal ne, ja, toll. Bauen den ganzen Jeep auseinander, dann reiß ich hier nur so'n Motor da rum. Ich hab mein Wagen voller Waffen von der AS-50 geboten, wollte ihn nicht machen. Tore, bauen den ganzen Jeep auseinander, nachher ist hier nur die Karosserie. Ja, hier. Dann kannst du behalten, den Rest kannst du behalten. Den Blech kannst du behalten, hier oben aber nicht. Ich finde, das sollte man echt mal können, ne, Sachen wie abbauen vom Auto. Echt geil. Geht das nicht? Reifen die abgebaut, oder? Nö. Ja, das ist aber doof. Na gut, du kannst ja auch nicht umgekippts ein Jeep wieder aufstehen, außerdem, du bist ein anderer Spieler, ne? Ja, eine andere Spieler kann ich natürlich auch stehen. Der andere konnte ich auch stehen, dann sofort und loszocken mit dem Ding. Ja, das fand ich mir irgendwie diskriminiert, ne? Wieso hast du eigentlich schon wie so'n Kumpel hinter dir? Der will dich irgendwie anziehen, glaub ich. Der mag mich das anhänglich. Ne, James, geht gerade wieder ein bisschen in den Keller, naja. Ah, ich fahr mir nicht rein! Da steht ein Zombie vor der Tür, so jetzt. das ist jetzt noch kein auto gesehen ich gucke es auch nicht so sorgfältig war nur vier meter laufen müssen was haltet ihr von 400 meter laufen schreibt doch mal die kommentare richtig richtig weil ich die ganze zeit sehe wo bist du hinter der rat neben mir muss man auch links gucken ein paar bescheiden sich weil sie wie auch offenes fällen sie ist mich ja wieder ganz hinten ist neben mir ja gut zwar 15 jährlich was da na gut wir müssen noch ein stückchen laufen aber wir müssen dann erstmal ins krankenhaus und dann gebe ich die ersten blut den leuchten stücker ja ok liegt nicht am server sorry wenn hier lexus dabei sind aber die ganzen weg immer nach ja mache ich auch jetzt nur geil ich meine waffe ich noch nicht hatte was denn 11 85 ja zwei kitzel verbettet weil er ist nicht im mg oder es gibt doch zwei er singt mg nee das ist 11 85 ist ein maschinengewehr was l 86 soll man gehen weil die leute abholen so ein bisschen muss verlaufen kommen wir müssen mich da hinten hin ich habe fast kein trinken ich muss was trinken ich muss die fieche gleich wegballern ich höre ich auch nicht mich auch nur gibt es aber 50 na warum wollte es nicht gehen das war ewigkeiten keine mehr gefunden aber naja warum das war von mir abschließen ja ich bin dabei jetzt ich kann nicht abschließen wenn die laufen dauern und was trinken ich auch moment reifen habe ich auch noch stand so da so da ich auch was noch essen ja ich habe eigentlich essen trinken bin ich noch ein ganz gut versorgt ja oder ja geht noch alles gut von mir ich habe eine ja das ist einfach behind you den kenne ich schon da hat mir auch mal ein hinter mir wo ja ja ich dachte da eigentlich ist er nicht so freundlich aber der ist auch auch mehr viel sniper da also weiß nicht weiß noch der eine damals tor was er so ist doch bis hat er für der quickscope weil man schade habe ich heute ohne weg vom see das müssen wir wiederholen heute haben wir immer durch wieder ein einzig eins wo der args genau aufnehmer wieder ja ja dann denkst du denkst du denkst du mal das freiwillig weißt du eigentlich ob es zerstört wenn ich auf dem pc renner nebenbei ps3 aufnehmen meins zerstört denke ja ich glaube ich auch kann man auch probieren kannst du mal ausprobieren ich denke aber ja aber wo ich noch bildstörung nö also das lag daran halt dahin nebenbei gerendert habe ich vermutung ich weiß nicht kann das sein was nebenbei gerendert ja kann natürlich sein das kann ich vermuten weil das mal seit